hallo youtube mein name ist manu von jean hilft dir und ich zeige euch heute ein tutorial was es schon mal gegeben hat und zwar hat schon dieses tutorial vor einiger zeit mal für euch gemacht es wurde allerdings leider gezwungenermaßen von uns gelöscht weil das intro nicht erlaubt war da wir partner geworden sind mussten es eben löschen zusammen mit ein paar anderen videos und ich bin nun derjenige der die irre hat dieses video noch einmal zu machen es geht um den puzzle effekt den wir hier schon sehen und dieser puzzle effekt wird auf ein bild angewandt das von einem partner freund mit wirkenden keine ahnung einem channel der uns hilft grins tv gesponsert dieses bild guckt mal auf seinen channel wenn ihr zeit und lust habt es ist folgendermaßen ich habe dieses bild bereits in eine datei gezogen in einer photoshop datei das heißt ich habe die photoshop datei mit dem hintergrund weiß worauf ich dieses bild gezogen habe dass der hintergrund weiß es ist jetzt nicht relevant das ist nur wichtig dafür dass ich das bild was ich jetzt veränder nicht unter der original datei abspeicher irgendwann aus versehen eventuell jetzt ist es so dass wir erstmal eine puzzle struktur brauchen und diese puzzle struktur hat photoshop in jedem fall in fast jedem fall ich möchte meinen ich hoffe auch in den späteren version ich benutze photoshop cs3 und dort ist es so dass photoshop diese puzzle struktur mit liefert und zwar müssen wir dafür in das photoshop verzeichnis navigieren wir öffnen gehen zum installations verzeichnis von photoshop adobe photoshop cs3 suchen nach dem ordner vorgaben suche nach dem ordner strukturen und suchen nur nach der datei puzzle punkt psd ich sag's noch mal ordner ist photoshop installations verzeichnis dann ordner vorgaben dann ordner strukturen dann die puzzle punkt psd diese öffnen wir und ziehen sie mit gedrückter stg taste in das andere bild in die andere datei dann können wir das wieder schließen die struktur jetzt müssen wir diese struktur die offensichtlich viel zu klein ist erstmal transformieren so dass sie auf die größe passt auf das komplette bild das machen wir mit rechtsklick frei transformieren oder mit strg und t dann vergrößern wir das ganze man kann die schiff taste dabei die strg taste gedrückt halten die schiff taste welche testen moment das muss ich jetzt ausprobieren wir transformieren das ganze und wenn man genau wenn man die schiff taste dabei gedrückt hält dann bleiben die proportionen beibehalten wollen wir nicht ist eigentlich egal so jetzt ziehen wir das über das komplette spielfeld dann bestätigen wir mit der enter taste wir sehen das ganze ränder durch und wir haben wieder klare sicht auf die puzzle teile und wollen jetzt das puzzle so realistisch wie möglich gestalten und das machen wir indem wir hier erstmal diese ganzen pinorix noppen an der seite weg retuschieren und zwar mit weißer farbe wir nehmen also den stift und die weiße farbe an den stift ein bisschen größer je nachdem wie groß das bild ist und retuschieren das alles schön fein säuberlich nacheinander weg ich habe da schon mal was vorbereitet und zwar genau hier hier sehen wir ich habe im hintergrund welche eben ausblende immer noch das bild von grins tv habe hier im vordergrund die ebene mit den ganzen puzzle teilen wobei ich die ganzen pinorix ich nenne sie einfach mal pinorix ich weiß nicht ob es dafür ein fachbegriff gibt die habe ich alle weg retuschiert jetzt möchte ich folgendes machen und zwar ja das bild dahinter sehen und dafür muss ich alles was weißes eliminieren und das mache ich mit dem zauberstab werkzeug ich muss erstmal die häkchen bei englätten kann ich drin lassen das häkchen bei benachbart drinnen lassen ansonsten wird nur eine fläche markiert und dann muss ich die toleranz ein bisschen höher stellen auf 150 beispielsweise ist die frage ob das not so hohe toleranz zu haben vielleicht tut es auch die 100 ich müsste einfach mal ausprobieren das ist immer nur so eine sache da liegt auch immer eine gewisse willkür drin wenn man sowas macht und außerdem wenn ihr etwas anders macht als ich ist es natürlich individualität wichtig ist dass ihr danach das müsst ihr jetzt mit mir zusammen machen die entfernt hast du drückt weil sonst seht ihr das bild dahinter nicht sdg und d blendet die markierungen aus und jetzt sehen wir schon dass hier oben ein bisschen viel von dem weißen übrig geblieben ist das macht aber gar nichts wenn man das ganze rückgängig machen kann und dann die toleranz ein bisschen höher stellen ich lasse es jetzt einmal so weil es natürlich nur zu erklärungszwecken gedacht ist jetzt wollen wir jetzt kann man das an sich schon als puzzle gelten lassen es ist nur ein bisschen schlecht deswegen müssen wir die ebenen stil den ebenen stil noch anpassen indem wir doppelt auf die ebene klicken und und stellen eine abgeflachte kante und relief da dort also wir nehmen die abgekannten flachte kante nach innen beziehungsweise nach nach außen die abgeflachte kannte haben und stellen die ein bisschen tiefer ein nein wir wollen sie doch nach innen ein fehler tut mir leid wir stellen sie ein bisschen tiefer ein auch wenn das nur prozentzahl ist die kann man getrost über 100 prozent ziehen so bei 600 prozent dürfte das hinhauen dass das gut aussieht jetzt werde würde das natürlich schon bisschen besser aussehen wir fügen noch einen kleinen schlagschatten hinzu den wir dem wir eine größere deckkraft geben nein über fünf oder nicht und immer ein bisschen größer machen doch wir lassen ihn wir lassen ihn zwei zwei prozent überfüllen so und jetzt sehen wir dass das puzzle an sich fertig ist wir sehen das sieht aus letztendlich als wenn es ein puzzle wäre was wir jetzt noch machen müssen und wollen vielleicht nicht wollen aber machen können ist ein puzzle teil auszuschneiden wir haben das hier gesehen hier liegt ein puzzle teil so ein bisschen daneben und das machen wir in dem war einfach auf dieser vorderen ebene Einmal den zauberstab wirken lassen allerdings habe ich jetzt den fehler gemacht und habe das häkchen bei benacht hat nicht wieder reingepackt und zwar hau ich das häkchen wieder ein wähle mir dieses puzzle teil aus dieses hier erweitert die auswahl ein bisschen auswahl auswahl verändern erweitern so um zwei pixel oder mehr das eigentlich nicht so wilde und das drei oder fünf sind und schneide das ganze aus allerdings nicht auf dieser ebene sondern ich wähle vorher vorher die ebene des bildes im hintergrund aus schneide das mit strg und x aus wenn ich jetzt strg und v drücke habe ich das bild wieder eingefügt allerdings unter der ebene der puzzle kontur das heißt ich muss das ganze wieder nach oben schieben wichtig ist dass ich sie jetzt mit strg und v als eine neue ebene eingefügt habe und alleine verschieben kann ich tue jetzt folgendes um das als puzzle teil wirken zu lassen stelle ich kopiere ich die ebenen eigenschaften die ebenen stile mit einem rechtsklick auf die andere ebene ebenenstil kopieren rechtsklick auf die neue ebene ebenenstil einfügen und ich sehe das sieht schon ein bisschen mehr als ein puzzle teil aus das ganze kann ich jetzt noch mit strg und t oder rechtsklick frei transformieren kann ich es frei transformieren ein bisschen hin und her drehen je nachdem wie ich möchte ich habe jetzt noch folgendes gemacht dass ich dem noch einen schein nach außen gegeben habe damit das noch ein bisschen sich abhebt von dem rest der unten drunter liegt ich habe einfach einen weißen schein genommen der ein bisschen größer ist ein bisschen überfüllt ist das weiß ich das kann man auch alles selbst ausprobieren da seid ihr jetzt sowieso nicht an mich gebunden und wir sehen dieses puzzle teil ist einzeln lässt sich einzeln verschieben und es hat zumindest einen gewissen stil wenn hier noch so ein puzzle teil daneben liegt und wenn ihr euch denkt das ist ein viel zu kleines viel zu leichtes puzzle dann könnt ihr das natürlich auch bei wie auf größeren bildern machen denn diese puzzle struktur ist so gebaut dass das ende gleichzeitig der anfang ist ihr könnt sie beliebig oft hintereinander setzen ich habe mir einmal die mühe gemacht das anzuwenden okay auf dieses riesige bild und ich weiß nicht und da sieht das natürlich wenn ich das dann moment muss es kurz noch einmal durchführen wenn ich das dann ausschneide jetzt habe ich das falsche angewählt habe ich so das gefühl nein wenn ich das dann ausschneide und das Relief noch einmal bestimme dann stürzt photoshop ab naja egal was ich damit sagen wollte ist dass dieses puzzle phänomen auch auf größere bilder zu beziehen ist und da ich jetzt das video und nicht noch einmal drehen möchte beim vorherigen mal ist mir photoshop bereits abgestürzt sage ich in diesem zuge ich habe euch alles erzählt was ich konnte und ich hoffe ich konnte euch damit helfen ich bin man von real hilft ihr bis zum nächsten mal